Am 13. November 2018 waren es genau 100 Tage, die Shahidul Alam in Bangladesch im Gefängnis verbringen musste. Der renommierte Fotojournalist hatte sich Ende Juli in einem Interview sowie in eigenen Videos kritisch über den Umgang der Regierung mit Studentenprotesten in Dakar geäußert. Auf Facebook hatte er Fotos seiner Kamera veröffentlicht, die bei einem Angriff auf ihn während der Proteste zerstört wurden. Der Regierung in Bangladesch passt es nicht, dass Shahidul Alam kritisch über Proteste berichtet und mit dem Paragrafen 57 wird ihm zum Vorgewurf gemacht, dass er provokative Kommentare auf Facebook getätigt hat und ihm drohen bis zu 14 Jahre Haft und wir fordern seine sofortige Freilassung hier in Berlin und an vielen anderen Stellen dieser Welt, denn Shahidul Alam hat nichts anderes gemacht als seine Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.